Wenn wir Gottes Urteil und Handeln verstehen wollen, dann müssen wir immer daran denken, dass Israel Gottes auserwähltes Volk ist. Es hat eine Sonderstellung, die auch in der Rechtsprechung bei Gott bemerkbar wird. Zweitens, richten und rechtsprechen ist Gottessache und nicht unsere. Und drittens, ein anderer Grundsatz, den wir in diesem Abschnitt finden, ist, dass das Böse bestraft und das Gute belohnt wird. Joel schreibt in Kapitel 4, Vers 4, Ihr Leute von Tyrus und Südern, das sind also Nachbarländer von Israel, und ihr Felister alle, Ihr wollt gegen mich vorgehen? Ihr wollt euch an mir rächen? Ich habe viel mehr Grund, mich an euch zu rächen. Im Handumdrehen lasse ich eure Untaten auf euch zurückfallen. Ihr habt mein Silber und Gold weggenommen und meine kostbaren Schätze in eure Paläste gebracht. Es wäre sicher interessant herauszufinden, wann und wo dieses Gericht Gottes stattfindet. Hat es sich schon erfüllt, was der Prophet hier ankündigt? Ist es gerade in unserer Zeit dabei, Wirklichkeit zu werden? Sicher kann man manche Hinweise finden, dass Gott großen Segen für sein Volk vorbereitet. Beziehen diese prophetischen Worte sich vielleicht auf die Zukunft? Betreffen die Namen Tyrus und Südern und die Felister nur diese Orte und Völker jener Zeit? Oder sind sie symbolisch gemeint und stehen für andere Kräfte, Einflüsse oder Feinde Gottes? Ist das Gericht wörtlich zu verstehen? Das alles kann sehr bedeutungsvoll und wichtig für uns sein. Doch bevor wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen, möchte ich eines grundsätzlich zeigen. Gott bestraft das Böse und belohnt das Gute. Wann das ist und wo und worin die Strafe und Belohnung bestehen, sind einmal andere Probleme. Für das Volk zu Joels Zeiten war die Erinnerung an diesen göttlichen Grundsatz wichtig. Das Böse wird bestraft werden. Israel war ja aus der babylonischen Gefangenschaft gekommen. Nun war das Volk wieder dabei, die zerstörte Heimat aufzubauen. Die Menschen waren von den Entbehrungen und furchtbaren Erfahrungen der Vergangenheit gezeichnet. Sie waren mutlos angesichts der großen Aufgabe. Würden sie es schaffen, sich hier eine neue Existenz aufzubauen? Würde es ihnen eines Tages wieder gut gehen? Dazu kam die Bedrohung der Feinde ringsum, die es nicht dulden wollten, dass Israel wieder stark wird. Höchstwahrscheinlich haben Joel und seine Landsleute die Worte des Herrn zunächst einmal als eine Ermutigung für ihre Situation verstanden. Das Böse wird nicht triumphieren. Die Bemühungen um das Gute werden nicht unbelohnt bleiben. Das war eine starke Motivation, mit dem Tempelbau weiterzumachen. Das Böse wird nicht siegen. Diese Wahrheit galt damals und sie gilt auch heute für uns und besonders auch für die Zeit nach dem Weltuntergang. Das Böse wird bestraft und das Gute belohnt. Damit sollen wir rechnen. Daraufhin sollen wir unser Leben ausrichten. Ich bin manchmal selbst ganz betroffen und ratlos, wenn ich die Propheten lese. Die Botschaften können einen schon verunsichern und ängstlich machen, aber sie können uns andererseits auch ermutigen und trösten. Unser Gott, dem wir vertrauen, regiert die Welt. Er beschützt und segnet seine Kinder. Bei ihm sind wir sicher. Er vergibt Schuld und erlöst den Verdammten. Aber Gott bestraft auch das Böse und belohnt das Gute. Seine Gerechtigkeit und sein Handeln ist für uns nicht immer verständlich. Aber es ist ein Segen, dass unser Gott zu Gericht sitzen wird und nicht ein mit Sünden und Grenzen behafteter Mensch. Wir beten noch. Herr, beim Lesen deines Wortes wird uns immer wieder deutlich, dass auch wir Sünder sind, die Gericht und Strafe verdient haben. Wir sehen auch, dass du alle Menschen zur Rechenschaft ziehen und Gericht halten wirst. Da macht es uns so dankbar, dass Jesus kam, um unsere Sünde und die Strafe auf sich zu nehmen und uns zu erretten. Wir wollen dir glauben und vertrauen und uns durch dein Wort ermutigen lassen. Amen. Amen. Vielen Dank.